Ich muss nicht vorsichtig sein jetzt hier. Oh, 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 oh. Ah, shit. Es geht in. Es geht in. Ja! ok so jetzt gehen wir mal hier an diesen Spitzkern Mist gut, die wäre ein bisschen schwierig gewesen für mich leider nicht erwischt aber ich habe noch ein paar und dann Sonne Mist, hofer kackt egal war echt lustig wie lange man da immer hoch braucht aber wie schnell man dann doch wieder unten ist ok jetzt aber außen, innen ersetzen ja, geil das habe ich geschafft cool wenigstens eine und jetzt bin ich nur da das ist jetzt gar nicht aus 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 ja aber so ist das das schmeckt voll in die Hände das ist einfach heftig das muss auch ein Donnern gewesen sein hier da bin ich mal gespannt was das hier für ein Trail ist da bin ich da bin ich auf jeden Fall sieht das nicht auch nett an da bin ich so da bin ich 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 hier der gefahrene trailmeter ist wertvoll weg rutschen das ist jetzt scheiße das war jetzt hier die letzte schikane danach ist frei da haben wir mal einen drop gebraucht ich bin ein trainierter Ich bin ja richtig nett, wenn diese ganzen Sachen da nicht zwischendrin, dann wäre der mega besser sogar als der Sprecherweg. Nicht so viele Spitzkerne drin. Eins frage ich mich, wo geht das jetzt hier noch hin? Wenn es da was mega geiles gibt, müsste man mal hier hinwandern. Aber jetzt kommt ein geiler. Der ist aber im hochgehen. Einfach nur mega aus. Schleifen lassen. Guter Wanderer. Servus. Dankeschön. Schönen Tag noch. Kau. 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 ja der ist geil ja geil mega Oh mein Gott!